moin leute was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren video und ja man sieht schon wenn ich hier gerade echt viel kram habe und mich ein paar tage nicht angemeldet habe schluss und ja ich muss natürlich trotzdem immer ums handy gucken ich sehe zwar den bildschirm vor mir allerdings ist das mal ein bisschen schwierig ja um wen soll es denn heute gehen oder was wollen wir denn machen ja ich probiere eigentlich nur ein talent heute zu bekommen wir werden für den lieben massaker ja gerade inzwischen sind schon wieder so viele der inzwischen böse rüstung zwar hat aber natürlich ein anderes talent wir brauchen ja es geht heute tatsächlich nur um ein talent wir werden jetzt 100 kisten rollen in der hoffnung sein talent zu kriegen ja natürlich habe ich immer einen cooldown von ein paar sekunden ich könnte zwar jetzt gucken gut wo bräuchte ich das talent denn noch ich hoffe es wackelt alles runter ja es tut mir auch leid dass ich so jetzt mal schlecht beleuchtet bin aber mein lichtring steht momentan hinter mir genau davon dass ich mir noch ein talent um es euch zu zeigen ganz simpel genau den worldwalker starb den möchte ich gerne für ihn haben ich finde das talent vorderbaren bogen auf dem axiran so stark ich hätte einfach ich hätte es einfach mega gerne auch so beim massaker und ja ich habe schon mal über 150 200 kisten verrollt natürlich habe ich es nicht bekommen warum auch ja es werden jetzt noch ein paar bilds diesen monat kommen allerdings muss ich gestehen ich komme leider momentan nicht so dazu bilds auszutesten und die leute auch hochzuziehen ja in der grund sieht so übelst krass beleuchtet aus eigentlich ist das gar nicht so krass so ja schon sehen vielleicht machen wir auch 150 wir wollen ja auch nicht dass das video zu lange wird noch lohnt sich nicht lange nicht wenn ihr natürlich schloss konflikt feiert würde ich mich freuen wenn ihr mir ein like und ein abo da lasst wenn ihr natürlich irgendwelche fragen zu schloss konflikt oder ähnlichen habt schreibt mir gerne auf insta oder auf facebook oder auf line und überall unter erfurt nico zu finden auf twitter fb unterstrich erfurt nico wie gesagt erfurt nico das bin ich und ja wenn ihr mich supporten wollt schaut bei oja oja t vorbei könnt euch ein probierpaket damit supportet ihr mich momentan im besten ich habe leider momentan echt nicht das geld um irgendwie groß jetzt sachen zu machen ich könnte jetzt hier geld reinstecken im größten endeffekt schwierig ja ihr seht schon schon wieder ganz schlecht auf so wie gesagt momentan bin ich auch einfach auf dem stand ich weiß nicht ob ich ein anderes talent gerade brauche soweit ich jetzt weiß für builds und co habe ich die talente rausgesucht die ich noch machen musste suchte die hatte ich einfach noch jetzt einfach noch im lager rumkulern jetzt ja fertig aber wir werden einfach jetzt hier 100 stück machen irgendwann nochmal 100 stück und dann nochmal 100 stück es ist es eher langweilig jetzt hier so zu sitzen die ganze zeit da auf den bildschirm zu drücken aber mein gott gell meine mir wird es nicht geschenkt euch wird es nicht geschenkt ja ich habe mich jetzt so ein bisschen mehr in die ecke gezogen was facecam angeht weil mir in den kommentaren geschrieben wurde dass meine facecam zu sehr mittig ist ja jetzt ist zwar ein bisschen mehr ranflöten ja mein gott ich habe mich jetzt mittiger gesetzt das passt schon das sieht sehr schlecht aus nur noch ein stück manchmal gönnt das spiel doch nicht aber so ist das das ist ja mal creepy dass die leute wissen ja klingentanz ja habe ich als ersatz tatsächlich schon bekommen ja mal lucky ja eins noch 2 war ja klar gut dann gehen wir jetzt hier sind wir jetzt und zu uns und zu uns äh zum Beispiel dafür nehmen wir mit hier gibt es was schönes hier ist ja immer interessant hier Wappen immer mitnehmen Wappen braucht man eh immer wenn man dann höhere Wappen machen möchte dann ist das auch ganz geil hier steht jetzt noch noch ein bisschen gesperrt gut ja die minuten alter alter was ja jetzt kommen noch einige äh builds auf jeden Fall wenn ich ein bisschen zu laut bau liegt es daran dass es mir ganz schön nah hängt fällt mir das jetzt so ein bisschen auch das tut mir aber leid weil eigentlich spreche ich auch ganz normal aber wenn ich dann doch mal laut werde dann ist es scheiße na gut wenn euch das Konflikt gefällt lasst mir gern ein Like und ein Abo da besucht mich auf meinen Social Media dann will ich meinen bis zum nächsten Mal Leute tschüss bis jetzt bis jetzt bis jetzt bis zum nächsten Mal